Musik Die Landesgartenschau 2018 wirft ihre Schatten voraus. Zahlreiche Akteure sind dabei aktiv, unter anderem die Stadt Laar, der Freundeskreis und die Landesgartenschau GmbH. Aber wichtig ist auch, dass das Land und die Kommune hier Hand in Hand arbeiten. Ich will mithelfen, dass die Landesgartenschau 2018 hier in Laar ein Erfolg wird. Aber nicht nur für Laar, sondern auch für die Gemeinden drumherum und für die Wirtschaft der Region. Dafür stehe ich. Deswegen denken Sie dran. Politik ist Kopfsache. Am 13. März. Karl-Reiter Kopfwellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017